So, herzlich willkommen, weiter geht's mit etwas City Skylines. Ja, wir haben ja, ich habe ja aufgehört eigentlich mit Straßensystem. Ich steige jetzt da auch quasi wieder ein, aber ich will noch mal eben kurz in die Mods reingehen, weil ich gerade noch ein paar nette Mods gefunden habe und die ich auch direkt mitgenommen habe. Zum Beispiel nämlich Traffic Mod, der recht cool ist, weil man da wirklich super viel machen kann. Werde ich mir gleich ansehen. Also das habe ich jetzt noch nicht getestet, ich habe es einfach mal reingenommen. Ich hoffe, das crash jetzt gleich nicht. Und ein paar andere ganz coole. Ich hoffe mal, die funktionieren alle zusammen. Kein Gewehr, sage ich jetzt mal, aber wir werden gleich sehen. Spiel fortsetzen. Das sollte dann meins sein. Ja, gute Sache, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich... So, man kann ja quasi einen Kreisel auch selbst bauen, aber einen Kreisverkehr, aber irgendwie ist das da nie so schön. Da ist das doch irgendwie schöner, wenn das wirklich hier aus dem Spiegel direkt raus ist, weil die dann wirklich perfekt rund sind auch und dann deutlich besser aussehen. Ja, komm. Äh, hallo. Lade bitte. Weiter. Das wäre sehr lieb von dir. Ich hoffe, dass ich jetzt hier alles machen kann. Ich habe... Wow, okay. Cool. Busway, das sieht schon mal interessant aus. Was ist hier? Rebel Road for pedestrians. Das ist natürlich auch normal. Okay, das ist klar. Einmal Straßen für Busse. Okay, cool. Dann haben wir hier... Auch okay. Ganz auch cool. Weil irgendwie wird dann... Ja, das ist gar nicht... Das ist neu auf jeden Fall. Das ist neu. Four Lane Road with Turning Lanes sind... Das ist cool. Okay, cool. Also, die sind quasi in Parking Spaces, sozusagen. Turning Lanes in both directions. Collision might happen. Ja, cool. Okay. Da hat man also nochmal viele. Das ist einfach nur... Ja gut, das soll einfach nur schöner aussehen. Und das Coole ist jetzt auch, das sind halt Geschwindigkeiten. Hier darf man nur 30 drauf fahren. Ich denke mal auf allen kleinen. Oh, okay. Hier kann man sogar über die Busse 80 errasen. 40, okay. 80. Ich glaube, das kann man auch einstellen. Wie schnell die fahren dürfen. 50. Okay, auf denen alles 50. Ist ja auch innerorts quasi. Das müsste... Ja gut, ist etwas schneller. 60. Aber auch okay. Was haben wir hier noch? Das ist neu. Dekorationen verringern die Lärmbelastung. Ist auch ganz interessant. Einfach nur, was natürlich auch schöner ist. Und es auch besser macht. Das ist das. Äh, Two Lane Areas. Okay, das ist also wirklich für besonders große Bereiche. Dann, äh, Two Lane One-Way-Road. Das ist ein Two-Lane-Highway. So wie man das aus den USA quasi kennt. Für die, also die ganz kleinen, sag ich jetzt mal. Dann ein Großer. Und ein sehr Großer. Also es ist wirklich nur eine, ja. Richtung. Ich weiß es gar nicht. Was war der da normale? Äh, das ist der normale, oder nicht? Ja, 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 das ist, oder? Ja, das ist der normale. Das ist der etwas weniger. Und das ist halt quasi für Überland. National Road, ja. Ist ganz cool. Ja, da kann ich mir nichts gerade leisten. Oh, hier ist ein mega fett Teil. Ich meine, wenn man bedenkt, wie groß die Teile hier sind, äh, da braucht man eigentlich ein ganz eigenes Viertel für. Also, was haben wir noch? Was habe ich noch? Hier habe ich sogar noch Recycling Center. Ist ganz cool. Das macht auch noch ein bisschen was. Na, da ist der Faker da unten, ey. Hi YouTube, schmacko. Schrecklich. Jetzt fängt das auch schon an, dass ich Steam ausstellen muss. Feuerwehrhaus. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier von... Das hier ist auf jeden Fall. Ähm, ist das... Hat das... Hoffentlich... Small Police Station, das ist halt ein ganz kleiner. Aber schlussendlich brauche ich eigentlich nicht, aber... Gibt es halt schon einiges. Ja, hier gibt es nichts. Ich weiß nicht, was es hier jetzt alles gibt. Ich wollte ja dann auch anfangen, halt Bus und Taxi zu bauen. Wobei Taxi, weiß ich nicht. Taxi lasse ich, glaube ich, erstmal raus. Bis ich halt Tourismus habe. Ähm, ich glaube, vorher bringt das noch nicht ganz so viel. Das ist ganz cool hier mit dem Grafen. Das ist halt durchgehend. Ne, kann man auch... Was kann man hier machen? Ach, da kann man nicht Traffic mal eben anfangen. Guck, da kann man das hier oben auch immer machen. Das ist ganz praktisch. Da hat man halt mehr Optionen, ohne immer irgendwie hin und her springen zu müssen. Ja, hier sind japanische Gartner, da sind so ein paar Sachen drin. Jo, ich brauche auf jeden Fall mehr Einwohner. Und ich würde sagen, Ich würde eigentlich ganz gerne die Autobahn einmal hier runter bauen. Und dann hier halt nochmal so ein Kreuz machen, dass man hier einmal durchkommt. Oder es ist halt ein bisschen zu viel. Aber ich wollte eigentlich auf jeden Fall... Würde ich echt mal gerne die National Road austesten. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich da am besten hingehe. Aber ich glaube, ich habe ja jetzt ein bisschen Geld. Okay, was ist... Wie können wir noch... Also das habe ich auf jeden Fall immer noch. One Rail Road and... Äh, Two Rail Road. Das ist ganz cool. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, wie das zum Beispiel aussieht, wenn ich... Ampeln und so mir... Kann ich da, wenn ich... Aber irgendwie hier... Geht das? Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich das... Ja, ganz sicher. Ähm... Hier kann ich leider nicht toggeln. Das ist eigentlich schade, weil ich fand das immer ganz cool, dann auch wirklich die Ampeln zu zutagen. Weil hier zum Beispiel... Warte, ich glaube, ich habe da unbedingt eine bräuchte. Äh, muss ich mal gucken. Sonst stelle ich das... Hau ich den Mod wieder mit rein. Den hatte ich nämlich jetzt ausgestellt, extra. Aber eigentlich müsste das auch bei dem jetzigen gehen. Ich weiß nicht, ob ich den entsprechend schon richtig eingestellt habe. Da kann man nämlich wirklich dann... Auch viel mit einstellen. Also halt zum Beispiel auch die Geschwindigkeit. Ich glaube jetzt nicht... Äh, Busse werden nicht 1880 in der Stadt fahren. Unbedingt. Von daher kann man da wahrscheinlich einstellen. Fahrt mal ein bisschen langsamer. Also hier ist natürlich viel los. Ich glaube... Hier muss ich dringend dann schon was mit der Straße machen. Ähm... Ja, muss ich auf jeden Fall. Dafür ist das Gebiet hier zu... Interessant für die Leute. Ich könnte... Ich baue jetzt einfach mal das dahin, weil ich halt das auch schon... Na toll. Okay. Rip. Kann ich halt nirgendwo bauen. Okay. Schade. Ähm... Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Vielleicht als... Einbahnstraße. Oder ich reiß das nochmal alles weg. Das wäre natürlich dann noch nicht so lange da, aber... Das ist auch noch die einfache. Eindeutig. Da ist natürlich hier echt dann teilweise was los. Das ist ganz cool. Dann fahren wir hier rein und können da noch parken. Aber ich kann es leider auch nicht ausrüsten. Und verbessern. Also das ist mega cool, finde ich hier. Das haben sie jetzt richtig gut gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht noch eine Brücke drüber baue, wenn das passt. Mit einer Eimerstraße beispielsweise. Ähm... Ja, keine Ahnung, wie ich das am besten jetzt mache. Aber ich glaube, ich reiß jetzt tatsächlich den Kram hier nochmal ab. Einfach nur, um das neu zu bauen. Das wäre dann... Besten direkt... Ähm... Nehmen wir den... Trees... Six Lane... Ja, warum nicht? Nutzen wir doch dabei... Oh, hier kann ich... Okay. Nice. Okay, so ist es natürlich noch besser, um ehrlich zu sein. Hier geht es also wirklich noch immer nicht, aber egal. Habe ich jetzt mal so. Was habe ich denn jetzt hier alles verbessert? Na, das will ich nicht. Also hier ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen besser, ja. Wenn ich jetzt hier beispielsweise... Boah, jetzt gibt es hier jetzt so viele. Straßen... Kann ich aber dann auch gar nicht. Das ist schon mal cool, dass man halt auch da aus zwei Spuren machen kann. Dass man jetzt nicht die... Die Straße wird gar nicht breiter an sich, das ist cool. Es wird einfach nur ein bisschen verkleinert, sodass... Ähm... Ich jetzt nicht alles abreißen muss, was halt nervig wäre. Das ist jetzt auch für diesen Bereich hier ganz cool. Weil ich dafür jetzt wie gesagt nicht alles abreißen muss, das ist ja gut hier anscheinend... Dann kann man mich auch direkt hier... Da können die Müllwagen... Dann baue ich auch hier direkt mal die Straße ein Stück weiter... Direkt für die nächste Deponie, denn... Das muss ja passen, das ist auch genügend Müll. Ja gut, 52% erst, aber man kann ja schon mal vorsorgen. Ich habe ja genügend Geld. Ähm... Also das ist gar kein Thema. Aber ich brauche immer noch mehr Menschen in meiner Stadt. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt echt nicht, wie ich das am besten mache. Ähm... Cool wäre ja hier unten. Ja gut, Industrie. Muss ich mal schauen, wie weit ich das noch ausbaue. Also das finde ich passt halt schon ganz gut so. Ähm... Mit den Windkrafträdern. Strom habe ich hoffentlich... Auch genügend. Ich habe aber auch echt nicht mehr so viel Wasser. Strom, da muss ich jetzt gleich gucken. Krementarium ist mir noch egal, deswegen ist das jetzt auch nicht schlimm. Friedhof braue ich glaube ich auch noch nicht. Oder habe ich schon einen gebaut? Weiß ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt. Jo. Jetzt habe ich hier... Ich weiß nicht, die Situation hier... Muss ich mal ein bisschen schneller stellen, um mir das mal anzugucken. Das ist aber schon ganz gut, dass die jetzt auch die Spuren hier nutzen können. Aber ich glaube hier unten gibt es dann Probleme. Von daher... Muss ich das glaube ich echt mal bearbeiten eben. Ähm... Einfach weil... Ja... Ist dann doch notwendig. Denn irgendwas ist hier... Ach hier ist die Ampel dann glaube ich direkt wieder. Ähm... Da könnte man das hier... Ja anders kann ich es aber eigentlich nicht machen. Und daher lasse ich es auch lieber so. Aber ich kann halt... Mal hier das hier wegreißen. So... 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 Dann müsste es passen. Und dann hier wieder hinbauen. Und hier wieder hoch. Das ist eigentlich alles verbunden, so wie es aussieht. Ja, sieht gut aus. Vielleicht kann ich auch hier jetzt nochmal das Problem schön angestalten. Also das gefällt mir eigentlich nicht ganz so gut. Ich will da schon eigentlich von hinten hochlaufen lassen. Das geht doch. So ist doch finde ich eigentlich ganz cool. Also man hat hier wirklich gar nichts. Und hier wollte ich jetzt gleich mich ein bisschen um auch die Fußgänger kümmern, dass die hier rüber kommen. Die kommen nämlich jetzt glaube ich gar nicht darüber oder müssen durch den... Ja, die müssen durch den Tunnel. Das finde ich aber nicht ganz so schön. Da gibt es sicherlich eine bessere Möglichkeit, hier drüber zu kommen. Jetzt weiß ich nicht. Hier zum Beispiel kann ich die Ausfahrt noch ein bisschen erweitern. Das wäre glaube ich auch gar nicht so schlecht. Hm. Ja. Ja gut, dreispurig glaube ich bräuchte. Das ist jetzt halt... Ach, vier sogar. Ja, Quatsch. Das ist drei. Eigentlich bräuchte ich auch erstmal nur eine... Zweispurig. Das würde schon reichen. Wobei ich eigentlich hier eher mehrere... Spuren halt... Ja, es ist schon mal gut, eine Linksabbieger dann nochmal extra zu haben. Hier ist jetzt auch... Dadurch, dass halt dann auch doppelspurig ist, ist es auch besser. Von daher ist das auch schon mal ganz gut. Jetzt gucke ich mal hier. Okay, hier ist auch viel los. Ah, cool. Ja, das ist auch schon mal eine ganz coole Sache. Ähm. Wo halt sehr viel Verkehr ist. Und wie die Leute dann teilweise fahren. Sehr interessant. Das ist auch wirklich für Verkehr wirklich gedacht. Ja, hier ist echt einiges los. Hier wird richtig viel genutzt. Ah, jetzt können die hier schon mal schneller abbiegen. Wechseln halt auch dann die Richtung. Beziehungsweise die Linie. Ich weiß es nicht. Das geht anscheinend nicht. Aber das kann ich nochmal machen. Dann haben sie gleich zwei Spuren zum Auffahren. Ist noch besser. Ähm, ich weiß nicht genau, was ich hier für eine Straße habe, wenn ich gesagt habe. Ich glaube, diese hier. Kann ich die doch hier auch hinsetzen. Ist das wirklich die? Ja, sieht so aus. Ist er. Dann kann ich doch hier direkt verbessern. Auch nicht. Und weil ich ja auch nicht mehr rückständig bin, baue ich auch direkt hier eine neue Straße hin. Muss ja nicht sein, dass man jetzt hier noch... Ah, da wird es nicht da gefilzt, den auch wieder besser. Wenn sie... Na, mit schnellen... Also schnell über die Straßen fahren können. Und ein bisschen Licht auch noch haben. Ist ja auch ganz nett eigentlich, ne? Kann man hier nochmal verbessern. Und hier und hier. Wird auch direkt gebaut. Das ist okay. Mache ich mal ein bisschen schneller. Kann ich mir nämlich... Eher die Entwicklung der Fahrzeuge ansehen. Also hier ist immer noch viel los. Aber jetzt würde ich jetzt tatsächlich mal kurz... Wie sieht das denn aus mit Pedestrians? Also die Leute gehen natürlich hier arbeiten. Da gehen sie wahrscheinlich auch viel zu Fuß hin. Ist ja auch nicht so schön an der Straße. Vielleicht kann ich jetzt... Ja, hm. Wie mache ich das am besten? Also an der Straße ist natürlich nicht so schön. Ich kann die Straße aber noch nicht so verbessern, dass es eine richtig schöne Straße wird. Äh, Busse habe ich jetzt noch nicht. Das kommt dann. Und deswegen will ich eigentlich das Viertel dann auch so gestalten, das Neue. Dass die mit Bussen da auch gut hinkommen. Ich weiß aber noch nicht, wo ich das hinsicht, zum ehrlich gesagt. Ähm. Ich brauche auf jeden Fall Arbeiter. Okay. Die brauche ich. Baue ich mal erstmal die normale Autobahn. Was ist die, glaube ich? Ne, das ist die gar nicht. Also die ist tatsächlich kleiner. Genau. Das ist, glaube ich, die normale. Genau. Da gibt es noch diese hier. Die dann aber doch so breit ist, dass da nichts geht. Und das hier ist theoretisch dann... Okay. Das passt nicht so gut jetzt. Aber das ist halt meine Hauptautobahn. Da ist natürlich am meisten los. Von daher sollte die auch so groß bleiben. Und dann eine kleineren kann ich dann zum Beispiel in andere Gebiete noch bauen. Also hier rüber beispielsweise. Aber die soll dann einmal hier glatt durchverlaufen durch die Stadt. Ähm. Dann passt das auch ganz gut soweit. Hoffe ich. Ähm. Ja. Mal schauen. Ähm. Hier werde ich jetzt nochmal eben... Können schon mal sich wieder Häuser eingesetzt werden.